Heute das Review zum Wikinger Schwert Wheeler Typ 6 für leichten Schaukampf. Das Schwert hat eine Gesamtlänge von ca. 80 cm, wobei 65 cm davon die Klingenlänge sind. Die Klinge ist ungefähr 4 cm breit und besitzt eine Schlagkante von 2 bis 3 mm. Die Klinge besteht aus Kohlenstoffstahl und ist bis zum Knauf durchgeschmiedet. Knauf und Parier bestehen aus Stahl. Das Griffende ist vernietet. Der 15 cm lange Griff ist mit Leder umwickelt, dieses ist vernäht. Der Griff ist lang genug, um das Schwert auch mit Panzerhandschuhen zu tragen und zu führen. Das Schwert wiegt ca. 1,2 kg und besitzt eine abgerundete Spitze. Soweit zu all dem, was man auch im Internet findet. Das Schwert kostet 75 Euro und hat den SKC, also den niedrigsten Schaukampfgrad, den es gibt. Das heißt, es ist nur für leichten Schaukampf ausgelegt. Wie wir es aber benutzen, naja, wir bängeln eher drauf. Wie man jetzt hier an der Klinge sehen kann, der Stahl ist ziemlich weich und nimmt sehr leicht Schaden. Es gibt viele Schaden. Warum mein Schwert auch die Säge heißt, das zeige ich euch später. Das heißt jedoch, dass man die Schaden relativ oft auswetzen muss und dass sich das Schwert leider auch sehr leicht verbiegt. Nun zum Griff. Der Ledergriff trägt sich wirklich angenehm, fühlt sich wirklich gut an. Jedoch der Knauf löst sich nach wenigen Schlägen, fängt an zu schlackern und zu wackeln, wie man jetzt hier schön hören kann. Wenn man dann die ein oder andere Schlacht gefochten hat, sieht die Klinge ungefähr so aus, wie eine Säge. Nun, Säge, seht selbst. Während wir nun im Hintergrund die zweckentfremdete Klinge sehen, möchte ich euch mein Fazit zur Klinge nennen. Das Schwert ist relativ kopflastig, was man beim Kämpfen schnell merkt. Wer wirklich in die Richtung Schaukampf gehen will, der investiert lieber etwas mehr Geld und kauft sich eine Klinge, die einen besseren Schaukampfgrad hat, wie zum Beispiel SKB oder SKA. Natürlich klappert und wackelt mein Schwert an allen Ecken und Enden. Es macht aber immer noch wahnsinnig Spaß damit, darauf rumzubängeln und loszudreschen. Ich trage es jetzt selber seit mehr als zwei oder drei Jahren und wenn es irgendwann kaputt geht, sei es drum, aber es macht trotzdem noch wahnsinnig Spaß damit. Das war es dann auch schon heute von diesem kurzen Review zum Wieler Wikinger Schwert Typ 6. Ich hoffe es hat euch gefallen und auf Wiedersehen.